einen wunderschönen seid gegrüßt wir sind zurück bei batman und wir sind ja mit bruce wieder raus aus dem erken asylum mittlerweile wieder in der betthöhle und informieren uns ein bisschen über die charaktere die wir kennengelernt haben unter anderem den joker genau wiki wähl denn die soll ja verschwunden sein doch zuvor geht es gleich was lesen wir hier nach die nachrichten bürgermeister denn ins privater sicherheitsdienst sorgt für bedenken haben wir ja gesehen vor allem sind die bestechlich versucht das mal hier im realen leben gibt man dem polizisten zehn euro ich glaube das können wir nach hinten losgehen deswegen gut wir sind ja immer noch vergiftet daher sollten wir erstmal dafür sorgen dass wir wieder gesund sind das machen wir wieder am bad computer lucius ist auch da die reden ja alles wir sollen jetzt dasselbe bild darstellen wie es links auf der seite es ist ein bisschen schwierig dauert auch ein bisschen bis ich das hier raus finde da okay ihr könnt es auch mit dem linken und rechten steuerkreuz steuerknüppel verändern also wenn ihr nach oben schaltet dann dreht ihr es natürlich nach oben und wenn ihr nach links und rechts geht könnt ihr das sozusagen drehen geht ein bisschen einfacher als hier immer die pfeile zu benutzen finde ich zumindest dann gucken wir mal dass das hier gleich so aussieht wie das aussieht wie das aus ahahaha überraschenderweise hat es geklappt so wir haben wir dafür sorgen dass die vergiftung mal wieder raus ist dass wir wieder normal sind so weit man das für batman normal bezeichnen kann du musst die auch nehmen bruce du musst da auch hin komm komm nimm die bruce nimm die bruce 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 er ist schüchtern er ist schüchtern jetzt dann nur nicht abrutschen ich muss das selber noch machen super bin ich ja froh dass jetzt nichts anderes getroffen es muss alles rein na hat schon gereicht ich hoffe das macht es nicht so gut ich hoffe das macht das schüchtern es wird funktioniert es wird besser schon besser also was werden wir jetzt machen erstes was ich muss wissen was die vickie lady arkham hat als ich bin weg search for all children of arkham recent aktiviert Die Presse sagt, dass Vicky Bale ist weg. Obviamente, die Polizei hat noch einen Körper gefunden. Die Frau, die versucht zu holen auf dich, schrecklich zu interessieren. Sie hat dich verletzt. Ich habe sie nie vertraut. Es war immer etwas anders. Ihre Instinkte sind sehr oft falsch, Herr. Sie hat mich die ganze Zeit gespielt. Sie hat mich verloren. Sie wollte mich in Arkham. Sie wollte mich fühlen, was mein Vater gemacht hat mit all diesen Leuten. Bruce. Es gab mehr Pläne als ich, Alfred. Batman hat sie in der Sky-Rail-Station und ich kann nicht glauben, dass sie eine andere Weise finden, um die Drogen zu nutzen. Ja, wir haben den Soker getroffen. So, also. wir fahren jetzt erst mal zum haus von wiki eine neue granate und dann fahren wir erst mal ich bin vorsichtig dann fahren wir erst mal zum haus von wiki gucken ob wir sie antreffen so einen kleinen plausch gucken was passieren wird bin sehr gespannt gotham hates wohnsitz der wales abends dreiviertel sechs oder für die die das nicht kennen viertel vor sechs wir sind ja hier international das sieht aber nicht gut aus yo hm 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 alfred die vail sind die 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 also da liegt wahrscheinlich die mutter von wiki so ich scheine jetzt wieder detektiv zu spielen das sieht echt doof aus ok funktioniert das auch funktioniert so wie wiki das ist die 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 Noch mehr Bluthaare. Was haben wir hier? Blutsputzer. Das geht nicht. Das macht nicht richtig clever. Oh, da liegt noch einer. Das ist auch eine schöne Frage. Alive? Das ist auch kein schöner tut, wenn du mit deinem eigenen Gürtel erschlagen wirst. Der hat ja eigentlich andere Funktionen. Hose hochhalten und nicht irgendwie auf den Hals. So, was machen wir? Ah, hier haben wir das Logo. Mensch, das ist ganz clever. Wenn Vicky die Lagerhalle gehört. So, Jetsu. Ja. 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 Das waren auch nur ihre Adoptive. Ja. 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 Ich habe jemanden gesagt. Ja. 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 Wir fragen eine Polizei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, denn ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, denn ich habe hier dritten. Es macht mich geholfen. ja vielleicht mal schützen hier. das wird umhangen ist schon cool ein Wurf! oh klappt nicht nochmal nicht wirklich funktioniert jetzt kommt die andere zum einsatz Du wirst nicht wie sorry sein. Ich versuche, ich werde nicht stoppen, bis ich den Person zu sehen habe. Du bist der Kind, der schlusser Batman. Und egal was passiert, egal wo du gehst, das wird immer wahr. Und ich werde immer einen. So, jetzt trifft die Polizei ein. Ist auch schön, Montoya ist ja die, die auf Cone geschossen hat, eigentlich verhaftet worden ist, aber jetzt frei herumläuft. Also... Jesus! War das die Kinder von Arkham? Wieder? Warum würden sie eine Familie wie die Vail? Weil ihre daughter Vicky ist Lady Arkham. Sie hat ihre eigenen Eltern, damit sie ihre Unternehmen nutzen können, um die restlichen Drogen zu verwenden. Vicky? Vicky Vail, der Reporter? Und also, wer war dann der Kind? Ja, dann! Mein Beweis ist, dass er eine andere Kinder mit den Vail ist. Er sagt, dass er etwas über die Drogen und die Polizei hat. Ich kann nichts confirmieren. Aber es scheint, dass die Kinder von Arkham vielleicht etwas mit diesen Drogen gegen deine Leute. Danke für die Hände. Die Stärkung ist Vail, Öl und Öl. Du solltest es so schnell wie möglich sein. Ich werde es gleich auf. Was für dich? Ich habe etwas, das ich in die Frage muss. Lieutenant! Was ist hier passiert? Die Gefängnis-Szene, Kommissioner. Nicht mehr. Ich nehme diese Untersuchung. Okay, jetzt schaltet sich der Kommission ein. Er ist jetzt nicht so begeistert von uns. Wir lassen das hier noch durchlaufen. Ich lasse euch mit den Bildern allein. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Dann wollen wir Lady Arkham aufhalten. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Lasst ruhig ein Abo da. Wir sehen uns.